Das wird geil. Müssten wir eine Kombo spielen, einfach Dankfeber. Einfach so eine richtig kack-ekl-hafte Engage-Kombo, dass da jetzt einfach reinkommt und alles töten kann. Ich hätte Kalista spielen müssen. Nee, ich mache jetzt einen etwas spicigeren Bild. Ich glaube, ich gehe auf ein zweites Item auf Phantom Dancer und dann baue ich einfach ganz normal weiter. Oh Gott. Oh Gott. Ich probiere das jetzt halt mal aus. Mal sehen, wie das funktioniert. Könntest du nicht Aftershock proggen mit deinem Kalanzen? Mit der Ehe, ja. Könnte ich, wenn ich das wollte. Irelia loves you. Oh, das finde ich gut. Ja. Angelic Creature. Perrrr. Tier. Da wäre 6, da wäre 6, da wäre 4, da wäre 4, da wäre 4, da wäre 4. Cool. Full House. Was wir das mal erleben können. Keymas, die alle verschieden sind. Hast du wirklich mit Jenna pressed the attack? Nee, äh. Press the attack. Nee, ich press the attack. Natürlich, ich bin ja ADC Jenna. Warum? Ich bin ja ADC Jenna. Oh Gott. Das gäbe ich's verloren. Nee, vergiss. Was geht? Wer ist da? Deine Mutter. Oh, hallo Mama. Was geht, Leute? Hallo, Sohn. So ne Wann bist du noch zu dieser Uhrzeit wach? Äh, weil ich schienen muss. Das hört sich an wie am Anfang. Geh mal Tampons kaufen. Okay, Mama. Ich hab kein Geld mehr. Ich muss mir etwas Geld leihen, Mama. On hit Jenna. Confirmed. Nice. Vielen Dank. Nein. Ist ja auch Country. Oh, die Outtracks fühlen sich richtig geil. Ich glaube, ich werde Gen ADC main. Ja, jeder kennt ihn am Anfang. Äh... Geil, you just is justice. Nein, warum hat mein Outtracks nicht ausgereicht? Ich bin auch schneller als Sonic. Gotta go fast. Hast du gesehen? Wir haben perfekt getraded. Positiv, nicht negativ. Wie AIDS. AIDS ist ja auch nur positiv. Ich habe übrigens Schüls, falls du willst. Schüls, falls du willst. Schüls, falls du schon willst. Aber nur ein ja. Ja. Oh mein Gott. Ah, ich mach mal damit, Schützi. Ah, ich mach mal damit, Schützi. Auf welchen Reisen ist es... ... und schützi. Ist ja auch anders. Unser ist das Stab. Und nicht lang, wie wenn ich... Warum Minions verraten will ich dir Sack? warum verraten sie mich immer? Waut... wenn man noch nie spielt der war meiner oder wort ja du machst auch mit basic text normalen so wie viel magischen der menschen die kennen alia morgana ich glaube wird sein wo ging ich ja schon bei uns ja noch von bekommen okay dort Alter, ich sollte echt deiner Alice nicht mehr hinwerden. Du bist so safe. Oh, sicker Dodge. Und dann noch der Autotech. Oh mein Gott, find ich gut. Ja, welche items gehe ich überhaupt? Tag Speed. Ich glaube, Nasher Sun wäre echt nice. Ja. Ich habe mir schon überlegt, bei Saga zu gehen, weil es auch nicht gut ist, hoffentlich. Okay, 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 okay. Boah. Nee. jetzt wo die los ja kaum werden die los schon kriegt sie bot nein nein so nein es war mein kill und deshalb muss ich schreien warum es ist schon fest bei tower aber sie die unter ihr habt euch beschwert finden sie eine adc ja wozu gibt es denn sonst krit na um sie nicht zu spielen weil die sind langweilig aber da muss man ja warten mit jenna edd kann man viel früher aggressiv spielen zum beispiel denke ich jetzt top lehnt es geworden ja ich bin ein bisschen weh und ich bin 6 Ja, genau die Pussies. Warum soll ich auch was aushalten als Jenna? Na, wenn die Kür trifft, trifft der Kremlade auch zu 100 Prozent. Nee. Ja, genau die Pussies. Ah! Nee. Ja. State of the Fucking Rune klingt auch nicht schlecht, ne? Ich glaube nach Runans gehe ich dann Played of the Rune fucking King. Nee, mach ich dann nach. Weil dann lohnt sich das richtig. Okay, warum hat er sich grad geilt? Alter, das ist jetzt Bullshit. Äh, nee, das ist eh generell zu viel Leid. Bekommt auch nur Heilung durch Schuhen. Ist halt super gay. Okay. 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 See you. Tja, 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 Tja... Tja, Tja, Tja... Tja, Tja, Tja... Tja, 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 Tja... Tja... Tja, Tja... Loll... Das hat richtig auf mich committed. Und noch 30 gold, dann habe ich Grunas fertig. Cool. Ja. warum habe ich mehr gold als twitch ja ich habe aber bessere items doch ich habe immer was leitungs die leute sagen generell ist die scheiße man holt es auch fast ab ihr ihr um rippt nee ich hatte halt meine wichtigsten spells nicht ab hier holt das geht es bei ihm immer auf maximum ein viel skills auf maximus auto tag warum ist er eigentlich auf dem selben level wie der mid laner es gibt keinen sinn ich wende der genie schon ja champion farm cover ist das denn 10 kannst du aufhören werden nazi zu reden kamerad sind haben das ist ein das ist ein deutschland sind setzen ist mir ist mir Vielen Dank. Eine Knochenjägerin? Eine Knochenjägerin? Eine Knochenjägerin? Eine Knochenjägerin? Eine Knochenjägerin? ich hatte so viel gold in der bank und das immer noch keine ap ich habe Ja, Skill würde ich mal sagen. Be gone, Faggots. Yay, jetzt bin ich am Ragebrett bauen. Ich habe jetzt schon 1,7 mhp, fuck it. Ich hätte doch dieses, äh, einer Dings nehmen sollen. Wie viel Tempo. Oh, easy. Oh mein Gott. So close, äh, so close wieder zu level 5, ey. Ich habe fast zu viel Damage wie Udyr gemacht, ja? Okay. Und dann einfach wir. Wenn, wenn man mal� Boden kann, wird es besser machen. Aber fint, tirar meine Fertilte und shelf det berühmt. Also, ich weiß nicht, du지는, nee. Und da bitte weiter. Och, seh. Das sind mir sehen, ich führe sonst.